Das ist der universelle Mundblatter, da kann man sehr viel mit machen. Man kann damit den Fiepton erzeugen, den Sprengfiep, das Angstgeschrei, das Eifersuchtsgeschrei, die Hasenklage, den Kitzangstruf, die Kaninchenklage und den Entenlokruf. Ich fange jetzt mal an mit dem Fiepton. Sprengfiep. Normales Angstgeschrei. Das Eifersuchtsgeschrei kann man auch außerhalb der Brunft verwenden. Den Kitzangstruf, das macht man mit dem kleinen Schenkel. Kann man sich leicht merken, kleiner Schenkel, kleines Reh. Die Hasenklage, man nimmt den Locker einfach in den Mund und alles andere macht man mit der Handmuschel. Den Entenlokruf. Die Kaninchenklage, wieder mit dem kurzen Schenkel. Ein Klang, so echt wie die Natur. Holz- und Platinvernetzte Silikonringe bringen den natürlichen Klang für den Erfolg bei der Jagd. Perfektion durch Erfahrung. 40 Jahre lang habe ich alle Locker Instrumente optimiert, um sie den hohen Anforderungen der Lockjagd anzupassen. Ausgereifte Instrumente. Alle meine Erfahrungen habe ich in die Fertigung eingebracht, sodass nichts mehr geändert werden brauchte. 60 Jahre Lockjagderfahrung in ihrer Tasche. 90 Jahre Lockjagderfahrung in ihrer Tasche.